Die Tomatenpflanze Erntefrisch, was das Bikot bedeutet, zeigen wir Ihnen heute am Beispiel von den Schweizer Tomaten. Das sind die schönen Tomatengärten, sorgfältig gepflegt mit viel Mühe und Erfahrung. Denn das Tomatenpflanzen ist hier noch Familientradition, die beste Garantie für höchste Qualität. Sorgfältig werden die Tomaten abgelesen, wenn sie die richtige Reife haben. Tomaten werden nach den strengen Qualitätsvorschriften von Gobe kontrolliert und verlesen und auf Bürsten schonend gereinigt. Dann werden sie vorhand sorgfältig verpackt. Gerade richtig zum Verkauf in Ihrem Gobe-Laden. Sie sehen, Erntefrische Qualität bei Gobe bedeutet viel Leistung, Erfahrung und Schnelligkeit. Denn auch bei den Tomaten gilt, heute geerntet und morgen im Gobe-Laden. Profitieren Sie vom grossen Preisabschlag bei allen Gobe-Bohnen-Kaffee. 225 Gramm und 250 Gramm sind ab sofort 50 Gramm günstiger. Bei den 450 Gramm und 500 Gramm Packungen ist der Gobe-Preisabschlag ab sofort sogar ein ganzer Franken. Und bei den Kilopackungen sparen Sie sage und schreibe 2 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Gobe-Matschi flüssige Würze statt 3,10 nur 2,20. 2 Servalat statt 1,60 für nur 1,30. Goldstein Rahmglassenbecher, 5 Sorten statt 1,10 nur 80 Gramm. 1 Liter Gobe-Mineralwasser statt 50 Gramm nur noch 40 Gramm. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Linzer-Torte statt 3,50 nur 2,90. Ausländische Pfirsiche per Kilo nur 1,80. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017